Die schießen auf Zombies. Ja, da ist ein Player hier vor mir. Den? Soll ich ihn abknallen? Ich wollte ein besseres Schussfeld haben. So soll ich nicht. Ah, jetzt ist er weg. Aim auf die Tür, die sind beide in der Hütte. Ich hab einen. Er ist umgefallen, er lebt aber noch. Gib mir Deckung, achte auf die Tür. Ah, fuck, der ist hinter der Hütte. Einen hab ich. Der kommt rüber zu dir, du bist rausgeflogen. Es ist noch einer in der Hütte, es ist noch einer in der Hütte. Ah, es sind vier. Ich hab keine Amo mehr. Ja, ich auch nicht. Hier ist einer in der Hütte und einer hier. Ne, das ist Zombie, okay. Ich hab ihn nicht getroffen, ich bin tot, nein. Kriegst du den? Kriegst du den? Ich hab beide gekillt. Hä? Du hast ihn auch gekillt. Ich hab ihn gekillt? Nein, ich hab ihn nicht gekillt, oder? Doch. Ah, ich leb noch. Okay. Ich leb noch, ich bin gar nicht tot. Aber ich bin schwer verletzt. Lebst du noch? Ja. Ja. Ich hab hier auch einen gekillt, eigentlich. Sehr gut. Nimm die Dog-Tags mit. Bin doch drauf, wer den gekillt hat? Äh, nein. Nimm einfach die Dog-Tags schnell mit. Dann müssen wir hier verschwinden. Die können hier neu spawnen. Die können hier neu spawnen. Wenn das deren Base ist. Ah, mein, hab ich doch auch einen gekriegt. Äh, wo ist der andere? Hier liegt noch einer. Irgendwo. Ich hab hier vorhin einen vor der Tür umgeschossen, der hat sich auf die Fresse gelegt. Da, nimm das Dog-Tag von dem damit. Ja. Ja, hab ich... Mir ist nichts wie weg hier. Das war schön, ne? Das war schön. Ich hab keine HP. Der mit dem schwarzen Backpack kam einfach so bei mir um die Ecke gerannt. Ja, du hast, in dem Moment hast du gelegt, als er dir entgegen kam. Ich hab's gesehen. Ey, ich hab den, also du hast ja vorhin gesagt, der ist hinterm Haus. Da hab ich ihn erstmal angeschossen ein paar Mal. Und dann, äh, musste ich nachladen. Und dann kam er mir entgegen gerannt. Und dann meintest du, ich flieg raus. Aber bei mir lief das irgendwie noch. Keine Ahnung. Also der kam ja auch noch entgegen gerannt bei mir. Ich muss erstmal mein Magazin auffüllen. Ich bin leer. Mit beiden Waffen. Ich hab jetzt wieder 25 Schuss drin. Das hat Spaß gemacht gerade.